Das ist, dass es scheinbar Probleme mit deiner Live-Qualität ist. Also, beantwortet worden ist, also das Wetter ist zwar schön, Sonnens heraus, aber eiskulter Wind. Geht. Und er bringt zwar für das Wochenende relativ schön, aber nächste Woche schon wieder eisig. Also was heißt eisig, relativ frisch, so 12 Grad, dann wieder 11 Grad, ist nicht geil. Oh, was haben wir denn da? Super, bringt mir gar nichts. Wenn wir nötig hier hin. Oh, er ist besetzt. Okay. Oh, das ist klar. Dankeschön. Ha. Ich lasse dich ab. Ich lasse dich ab. Ich lasse mich gut. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nehmt das, Blutsauger. Kommt zack. Kommt raus. Kommt rein. Warte mal hier. Dann können wir den Empfangraum schon wieder besser, Denise? Wow. Fast sieben Liter. Lecker mehr. Bin ich gespannt. Das hat er aber bei uns auch wieder das Unwetter wieder losgeht. An sich mag ich es ja nicht. Wenn es so weh, der Donut blitzt, ist voll geil. Da geht es ja voll zum Lesen. Ich bin da am Looten. Stirb leise. Bitte. Das schaut so sauber aus. Das Messer ist doch alles mitnehmen. In der Apokalypse ist das Gold wert. Boah. Geil. Ich störe immer so richtig cool vor. Balkon. Außen liegen. Ist richtig wedert. Vielleicht nur mit dir ein Käffchen oder so. Oh. Mega. Super. Ich hätte nicht gemeint, ich bin klug. Verrascht mich dir. Und. Ja. Die Mörder doch. Du verletzt mich nicht. Ist doch gut. Das ist ganz schön viel Blut. Von vielen Leuten. Hoffe ich zumindest. Nichts. Nicht nur von ein paar Leuten, die jetzt tot sind. Was zur Hölle, Leyla. Du hast das nämlich dann auch abbildiert. Wenn du dann draußen gestanden bist am Balkon. Usch. Nächste Baum umgefallen. Und bei uns gibt es nicht allzu voll Zufahrtswege. Ist das nächste Problem. Das ist ein Problem. Hm. Geht doch mal an. Du. 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 Der ist operiert worden, ganz normal. Ich seh schon wieder. He. Da hat wir... wieder, wir fleißig am Leipen, Ach, da ist mein. Oh, Heuchttung, irgendwie. He 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 he. Bitte wieder die Fingerwunde. Da! Also, Versicherung, die lohnt sich definitiv. Und, ja? Was wäre denn los? Ah. Im Kino müsste man das abspielen können. Gut, dass da noch alles oldschool ist. Oldschool Best Day. Nein. Das ist ein Glöckchen. Ich lebte, als alles an mir vermerkbar war. Und ich lebe noch immer. Ich muss nur so sehr gut sein. Also, heimlich sind nur Buben, die man nur ausbackeln. Ich muss nur noch ein paar Sachen schneiden. Ein paar Clips und einplanen für TikTok und YouTube, weil da auch nicht mehr recht voll da ist. Und dann... Jetzt würde ich sagen, da ein Herrgott ein guter Moos auch. Jetzt können wir ein bisschen Kaffee und Kuchen. Ah, jetzt hab ich da angekommen. War da nicht der Koffer? Ja. Jetzt haben wir drei Stück. Und was hast du noch so geblieben? Das Lila ist geil. Also, wo gehen wir jetzt hin? Man, wir brauchen mal noch so ein UV-Gwer oder was. Das auch ist... Keine Ahnung, wo man das hinbringt. Und mit Hund ausreiten. Heißt, jetzt ist noch Spaß. Ich bin mir nicht mehr so... Oh ja. Wo pflanzen wir denn? Däfft man auch noch pflanzen. Gurken, Tomaten. Solche Sachen. Auf die gefrein mich schon wieder. Hm, die sind aber so lecker. Man kennt einfach einen brutalsten Unterschied, wenn man es selber anbaut. Da gibt es noch den Schlupf. Boah, ach geil. Der hat gesessen. Ist wohl dort. Nein! Übersetzen ist über. Ich glaub dir und deine Leute wollen schon aufschützen, ne? Ich weiß nicht, der ist Blutsack. Biete dich mir an. Diese Stadt ist echt wert. Mäser und Obst, das ist so gut. Oh, Erdbeeren. Mein Gott, was haben wir Erdbeeren pflanzen? Oh, ich will ein Stinderl. Ich will noch zocken. Aua, viel Spaß beim Einkaufen. Wobei... Weiß ich nicht. Ich hab da also weniger Spaß dran. Das ist der Leuchtturm. Da waren wir schon. Das Krankenhaus. Da waren wir gerade davon. Oh, morgen wäre ich wahrscheinlich nicht, aber dann am Freitag wieder. Auch wieder so. 12, 13 Uhr ebbs. Ja, ich... Weiß ich nicht. Ich find das aber so anstrengend, das Einkaufen. Sobald du stehst vor dem Regal, irgendeiner drückt sich davor. Oder wo es momentan modern ist. Mit den Einkaufswagen stehen sie so dort. Und dann das Einkaufswagen auch noch der Quer, dass du nicht mehr durchkommst. Dies ist momentan richtig modern. Oh... Oh... Oder wenn wir jetzt noch auf der Kassdurten stehen können und nachher so ein Gottbeutel ausschieben oder sonst was. Oh... Da bin ich aber kurz davor, dass ich einen Anfall kriege. Oh... Eifrit. Jetzt können wir auch, wo haben wir die ganzen Scharfschützen klären. Willst du mich verarschen? Das ist UV-Lampe. Warum? Wo war das? Was? Da hat wieder viel Spaß an die Emotes. Reit mit. Flop-Werfer. Geil nicht mehr mit. Das ist doch nur noch und einer wo es geil ist. Für uns? Ne. Anscheinend nicht. Jetzt werden wir ganz gerade in die Nebelsuppen, da gehen wir nicht rein. Das tut ungut. Was da? Sonst gibt es nichts, weiter gehts. Der kleine Hähnchen. Klopapier, Puscheltiere. Heißt du? Der Schauspieler ist verschwindet. Die Schauspieler ist nicht mehr mit einer Säule. Einer, der Schauspieler ist nicht mehr mit einer Säule. Vielen Dank.